Die Polizei von South Wales beginnt heute mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen zu den ungeklärten Morden an Geraldine Hughes und Pauline Floyd 1973. Und dann kennt niemand den Fall so gut wie ich. Das Entscheidende ist, dass ich dabei sein möchte. Sie waren zu der Zeit beim CID? Damals lief alles anders, das wissen Sie. Bethel hier? Es ist ein schlimmer Fall, Paul. Sie müssen herkommen. Ein Landwart hier aus der Gegend hat sie gefunden. Die eine Sache, die Sie hätten machen sollen, haben Sie nicht gemacht. Drei Opfer haben fast 30 Jahre lang gewartet. Ich brauche das. Wir haben jetzt die DNA-Analyse vorliegen. Sie haben es mit einem Serienmörder zu tun. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Wir gehen ein Risiko ein. Ein ziemlich großes. Und wenn wir versagen? Wir müssen jetzt die Nerven halten. Wir müssen jetzt die Nerven halten.